Des Weiteren haben wir eine neue Bremslichttechnik, die mit dem Sensor, die wir eben schon besprochen haben, bei dem Secoset Brax. Diese Technik haben wir jetzt auch im Top-Light-Line verbaut, also für den Gepäckträger. Heißt, ich brauche nur den Anschluss Strom und Masse und das Auslösen der Sensorik funktioniert über den entsprechenden Beschleunigungssensor, was den Bremsvorgang registriert und dann leuchtet das Bremslicht entsprechend heller auf. Ich brauche also keine Steuerleitung mehr oder Steuerungsleitung mehr, das geht dann automatisch über den Sensor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017